Also unser nächster Gast, der streichelt nicht nur Hunde, sie hat auch wunderbare Hunde, sondern auch ihre Violine. Und sie ist offizielle Botschafterin des Tierschutzvereins für Berlin. Also von dem her eine ganz, ganz gute Sache auch für meinen nächsten Gast. Welt der einsamen Herzen. Herzlich willkommen für Sie, Franziska Wiese. Welt der einsamen Herzen. Welt, es legt sich auf meine Haut. Und ich spür, wie wir zwei unsere Sehnen im Mord sich vereinen. Doch im Rausch der Magie, wenn wir uns schon morgen verlieren. Wir sind allein in der Welt der einzelnen Herzen. Wir sind allein in der Welt der einzelnen Herzen. Leuchten Sternen, wir gehen hier raus. Und nur einer führt nach Haus. Aufgewacht, verwirrt sind all die Gedanken. Der Schein verschwindet im Mord, im Tau und legt sich sanft in den Schlaf. Immer wieder verläuft sich mein Herz in den Tiefen des Waldes. Doch ich glaub, zwischen all diesen Seelen ist einer der bleibt. Wir sind allein in der Welt der einzelnen Herzen. Wir sind allein in der Welt der einzelnen Herzen. Leuchten Sterne mich hier raus. Und nur einer führt nach Haus. Ah, 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 ah. In der Welt der einzelnen Herzen. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, Franziska Wiese.